Hey, heute zeigen wir euch bei kurz vorgestellt Ubongo das Mitbring-Spiel. Das ist ein Spiel ab 7 Jahre, ihr solltet 1-4 Spieler sein und ungefähr 15 Minuten für das Spiel einplanen. Ziel des Spiels ist es, all seine Aufgabenkarten zu lösen. Die könnt ihr lösen, indem ihr die vorgegebenen Formen passend auf die Aufgabenkarten legt, sodass kein Feld mehr sichtbar ist. Wer zuerst seine Aufgabenkarten gelöst hat, hat gewonnen. Beim Spiel braucht ihr nicht viel Platz, ihr könnt es für ungefähr 7 Euro erwerben und es ist ein schönes Knobelspiel für zwischendurch, da es sehr kurzweilig ist. Bis zum nächsten Mal.